hallo sehr herzlich willkommen zum neuesten video hier auf dem kanal und nachdem ich euch die regeln vorgestellt habe von neustart möchte ich heute auf meine review eingehen also die stärken und schwächen die ich in dem spiel sehe und wundert euch nicht man sieht es grafisch immer mal anders denn es gibt hier so nennt man das einschieber also den man hier noch mit dazu machen kann so sieht es aus also legen wir los wie es kennt stärken und schwächen gegen ein spiel drauf weil also erstmal kriegt ihr eine prall gefüllte box ich krieg die immer gerade so noch zu also tonnenweise material man kriegt es aber rein schreit aber eigentlich auch nach einem inlay also gerade diese kleinen togen ich habe das jetzt alles in tüten einiges an material ist habt ihr ja sicherlich in dem regel vorstellungs video auch gesehen großer stärkepunkt für mich ist erstmal grundsätzlich dieses thema diese idee mit dem stroma ausfall und wie wie man jetzt in so einer stadt mal ernsthaft das ist eigentlich so ein serious game so ein bisschen wie man ernsthaft jetzt wirklich damit übergeht ohne dass jetzt zombie apokalypse ausbricht oder was auch immer und das finde ich schon mal ein großer pluspunkt da haben wir nicht so viele spiele in dem bereich und dann aber auch und das ist ja was ganz wichtig ist wenn ich ein thema habe wie ist denn die umsetzung davon und hier finde ich viele coole thematische umsetzung dafür dass wir ja im kern eigentlich euro game spielen nämlich auf der einen seite das informieren der bürger informierte bürger sind hilfsbereit das ist eine der großen herausforderungen die so eine stadtverwaltung und die ganzen öffentlichen dienste haben wenn es zu so einem größeren längeren stromausfall katastrophenfall kommt mit den leuten zu reden die leute zu informieren man ist viel mit sich selber beschäftigt in seinem team zusammenzuhalten was das spiel mit den ereigniskarten auch ganz gut darstellt dann auch dieser aspekt dass wir nicht jede runde oder jeden tag unendlich viel aktionen machen können sondern dass wir pausen brauchen unsere teams sind halt menschen in der realität die brauchen auch mal pausen die müssen auch mal schlafen und sie müssen auch mal zur ruhe kommen man hat diesen drang gerade am anfang alles rauszuhören an aktionen um die situation so gut wie möglich zu meistern das kann aber hinten raus ganz schön auf die füße fallen auch wieder eine echt coole umsetzung und auch das haben sich spielerisch sehr gut umgesetzt am anfang man weiß ja jetzt in der realität nicht wie lange der strom ausfällt ja aber am anfang wirkt es alles noch recht harmlos man hat sehr viele vorräte man findet viele vorräte noch man findet gut treibstoff man hat viele aktionen zur verfügung aber es eskaliert hinten raus immer weiter und es kann wirklich herausfordernd werden das zu bewältigen und das ist ganz spannend das spiel verlangt von euch dann wirklich prioritäten zu setzen und das finde ich sehr spannend ja also wenn wir wirklich sehen okay es eskaliert auf allen ebenen wir haben nicht mehr genug treibstoff wir haben nicht mehr genug aktionen wir haben vielleicht sogar fahrzeuge verloren innerhalb der tage und es brennt dort und dort ist ein überfall und wir schaffen nicht alles und diese diskussion am tisch war wirklich gut also das finde ich richtig gut wie ihr miteinander diskutiert und das hat dieses spiel geschafft in zwei runden auf eine erstaunliche art und weise dass ich teilweise nicht mehr das gefühl hatte ich spiele ein spiel also wir haben wirklich diskutiert okay was ist jetzt schlimmer der brand dort der die häuser zerstört etc oder der überfall dass die polizei dort mit helfen muss oder das oder das also wir haben weniger spielmechanisch diskutiert sondern wirklich inhaltlich okay aber so ein feuer ja das kann ja total eskaliert und wenn das ein spiel schafft ja dass man aus dieser ebene des spielens herauskommt ja und wenn es seien es für kurze momente da gibt es wenig spiele die das bei mir schaffen und das ist gar nicht mal ein vorwurf an diese spiele sondern ein besonderes lob hier für neustart also das ist top und durch dieses setzen von prioritäten und das muss euch halt auch klar sein das kann man auch als schwäche sehen aber den perfekten run in dem es keine wütenden bürger gibt in dem nichts abgebrannt ist in dem keiner gestorben ist und alles schöne tut die frutti trallala ist das ist super unwahrscheinlich dass euch das passiert dann habt ihr wahrscheinlich eher ein regelfehler gemacht aber da kommen wir noch gleich zu zu den regeln das spiel ist damit auch hoch kommunikativ dabei muss ich sagen das ist vielleicht noch wichtig für die review ich habe das spiel bis zum heutigen tag nur in nicht echtzeit gespielt man kann das spiel oder ist eigentlich gedacht in echtzeit zu spielen mit sieben stunden pro tag beziehungsweise nachtphase oder wenn man zeit lernt normalen rundetaktik ich will es unbedingt noch mal in echtzeit spielen wenn ich mal eine fünferrunde zusammen habe denn unter fünf leuten finde ich die echtzeit variante schon ich stelle mir das echt schwer vor dass das zu packen ja denn dann muss man mehr also muss man nicht aber es ist schon cooler das spiel ist dafür konzipiert in meinen augen dass alle fünf teams am start sind und mehrere gleichzeitig steuern das geht in echtzeit nicht aber es ist auch in ich sag jetzt mal normalen runden ablauf mit theoretisch unendlich viel diskussionszeit ist es sehr gut und funktioniert gut und wie gesagt hoch kommunikativ ihr redet super viel in dem spiel über was macht ihr wann macht ihr was ist auch schön ist eine tolle umsetzung her dieses simultane ja dass wir die sachen ja eigentlich gleichzeitig machen und der eine dinge für den anderen vorbereitet ja und da auch halt wieder dieses planerische abwägen und auch hier wieder prioritäten setzen also prioritäten das ist etwas was mir bei dem spiel und bei einem anderen zu dem weiß ich nicht ob die er vorher rausgekommen oder nicht bei chrono vor dass das nämlich auch der fall dort muss man auch wirklich prioritäten setzen ja und das macht das spiel aus schön finde ich auch die idee der spezialisierungen der einzelnen teams das heißt wir versuchen schon unseren einsatz zu optimieren also dass die feuerwehr brände löscht der krankenwagen leute rettet aber berücksichtigen der einschränkung dass manche manche dinge nicht machen können aber vor allem gucken wir wie können wir aktionstechnisch das optimieren aber es ist nicht durchrechenbar weil ihr diese marker habt dass der feuer oder das feuer hat einen bestimmten wert haben kann ich finde die ein bisschen krass die spannen ja zwischen denen also das kann einem stören jetzt haben die immer für uns sagt boah ist ja thematisch dann ist einfach ein großer brand ausgebrochen dem du eigentlich gar nicht her warst also damit muss man ein bisschen klarkommen aber ihr habt in der sich schon auch eine nicht zu unterschätzende zufallskomponente in dem spiel mit ende mit mit drin und ende ist nämlich der punkt ich war schon im kopf einen schritt weiter was mir noch gut gefällt ist die idee auch wieder des thematischen spielendes dass es nicht diesen punkte spielendes gibt im dümmsten fall halt sonntag abend aber das abrunde oder tag frei ab freitag sozusagen das ist ja die fünfte fünfte tag zyklus würfelt ihr ja und die mit jedem zunehmenden tag steigt die wahrscheinlichkeit dass er die augenzahlheit die gesucht wird würfelt und das finde ich ganz cool dass das spiel ende diese zufälligkeit hat und es auch witzig wenn man es tatsächlich mal am donnerstag schafft was schon recht unwahrscheinlich ist aber wenn man es dann schafft diese erleichterung die durch den tisch geht und nicht weil endlich ist das spiel vorbei sondern okay nächsten tag wäre es ganz schön eskaliert weil es eskaliert halt hinten raus wirklich ziemlich heftig kommen wir zum negativen punkt eine sache die ich ein bisschen schade fand die mir vor allem aufgefallen ist wenn ich das rettungsteam gespielt habe ich finde das rettungsteam ist schon sehr limitiert weil ich glaube es war sicherstellen ja ich glaube sicherstellen ist es dass das rettungsteam nicht machen kann verstehe ich nicht so wirklich warum ein rettungsteam nicht auch was sicherstellen kann was die polizei kann was die stadtverwaltung kann ich finde das rettungsteam ist dadurch in der hinsicht doch schon ein bisschen eingeschränkt und wir hatten öfter mal dass das rettungsteam ja klar wir können noch mal suchen und so aber wo ich bei den anderen viele optionen hatte was ich eigentlich machen konnte fand ich es beim rettungsteam nicht also ich fand das balancing da zwischen zumindest in der hinsicht nicht so optimal wobei man allgemein sagen muss dass die teams halt schon das machen worauf sie spezialisiert und das ist auch richtig so dass der bauhof dinge baut repariert oder also notstromaggregate ersetzt einsatz und die stadtverwaltung informiert und die polizei sicher dinge absichert das passt schon aber das hat mich da ein bisschen gestört was ich mir auch noch gewünscht hätte und das nicht nur einmal im spiel denn das spiel ist echt eine abkipp maschine wird schon hölle sagen aber das wäre zu negatives wort aber es ist schon sehr viel abkipp also den ihr machen müsst also an den trocken und da macht man leider auch gottes immer mal wieder was falsch und dazu kommt auch dass ich das regelwerk auch wenn es jetzt sogar die ist jetzt schon die also die zweite große variante ich glaube es wurde schon mehrfach dran gearbeitet als ja die überarbeitete variante schon ich finde das regelwerk ist immer noch nicht optimal gibt auch kleinere im text also es wirkt auf mich nicht richtig das ist alles verständlich aber ich finde ich bin noch nie so ein fan davon erst mal die ersten vier seiten aber die spiel komponenten zu erklären bevor ich in die regeln reingeben bin ich nicht so ein fan von nichtsdestotrotz cool ist das mit dem tutorial ja wobei das aber halt so wirklich so wie ein pc tutorial wo festgelegt ist was ja eigentlich mehr damit er macht aber es ist eine schöne heranführung um die regeln im kern eigentlich zu lernen aber sie ersetzen hat eigentlich das lesen des regelheftes ja genau und es gibt halt so ein paar echt fummelige regeln also in der regel wird ja einer noch mal auch ein kommentar noch mit dazu gemacht ich habe in dem video ja auch gesagt das ist jetzt kein regel video auf vollständigkeit sondern es ist eins was euch erstmal helfen soll okay was ist das für ein spiel um die grundideen des spiels zu verstehen aber allein schon diese mechanik mit den informierten bürgern was dort alles relevant ist auch mit dem notstrom aggregaten ja das ist mitunter schon ein bisschen fummelig und da habe ich mir zumindest um beim abkippen ein bisschen zu helfen ist allein schon dieser dieses umdrehen der informiert marka und ihrem regel wo ich das review macht habe ich auch immer mal wieder ein paar sachen vergessen wenn du da alleine da vorsitzt so gott es sind wirklich viele sachen die du beachten musst aber ich habe mir ab und zu wirklich gewünscht so dreier und fünfer marka für die lebensmittel beim treibstoff erwähnen ja auch gerade für die lebensmittel das ist am anfang super fummig und immer wieder diese türme weil ihr braucht wirklich massig an diesen lebensmittel und ressourcen für die ganzen stadtteile da hätte ich mir schon irgendwie eine marka lösung noch mal gewünscht um größere massen irgendwie darzustellen ist ein luxusprobleme auch nicht über regen kann man auch selber basteln aber ja das hätte ich mir irgendwie gewünscht genau und dann was euch noch bewusst sein muss das spiel bietet im kernheit ein spielmodus ein szenario ja man kann die stadt ändern aber es ist immer dieses szenario ihr habt zwar durch die karten auch eine zufallskomponente dass er ein sich immer auch mal andere eigenes karten und so hat absolut aber es geht immer um das gleiche setting und ist die varianten kommen dadurch wie ich die stadt an also wie ich sie auslege ja das kann man als doof empfinden oder oder als punkt ich will lieber ein spieler mit kampagnen spiel oder wo die sachen sich total unterschiedlich spielen mit verschiedenen elementen das habt ihr hier im kern nicht ihr habt aber die möglichkeit ist für euch dann mit diesen zielen et cetera noch weiter zu individualisieren und ja spezifischer zu machen also das habt ihr schon ich sage nur dass euch das bewusst sein muss genau als gesamtfazit möchte ich hier noch mal sagen neustart ist wirklich ich nehme die box ja noch mal mit mir an ist wirklich ein besonderes spiel und hat dadurch in meinen augen auch einiges an aufmerksamkeit verdient und es ist nicht nur ein pädagogisches spiel wie ich letztens bei annos gelesen habe wo einer sagte ja pädagogisches spiel also was eingesetzt wird zu seminarzwecken ja das ist es aber es ist das klingt für mich manchmal so weil oft in der schule auf zu lernen spiele die im unterricht eingesetzt werden viele sachen und weiß ich nicht nicht so prall finde deshalb dieser eindruck soll nicht entstehen dass das hier eine reine lernsache ist für stadtverwaltung das ist ein brett spiel was auch brett spielern wie mir und anderen viel spaß macht mit seiner besonderen thematik und ich glaube das auch noch mal ein heißes ding für unseren sommer urlaub wo wir eine große gruppe sind da das noch mal mitzunehmen und da das noch mal zu spielen und zu gucken mal in echtzeit also echtzeit dass das fehlt mir noch aber es macht auch ohne echtzeit viel spaß gut das waren meine gedanken zum neustart falls sie es auch schon gespielt habe gerne runter mit in die kommentare damit oder wenn ihr noch fragen dazu habt dann haut sie rein oder beim regel ich wünsche eine schöne zeit bleibt schon gesund bis zum nächsten mal